Hallo Leute, schön, dass ich euch hier wiedersehe. Schade, dass ich euch nicht persönlich die Hände schütteln kann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Es war ein klasse Unterricht. Ihr seid wirklich sehr ambitioniert, das gefällt mir. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Und wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, bin ich auch gerne im Internet für euch da. Hier gibt es allerdings weder Pausenregelungen noch Anfangszeiten, Endzeiten. Wir sind einfach im Internet nur abhängig vom Strom und der Technik. Und ja, switch off. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendetwas braucht, guckt euch einfach mal um. rasanthaus.de Und vielleicht kann ich euch irgendwie auch das Internet weiter helfen. Naja, und wer weiß, vielleicht komme ich ja irgendwann mal wieder zurück nach Lüdenscheid. Allerdings bestimmt nicht mit der Absicht, im BfW nochmal zu unterrichten. Es hätte anders sein können. Naja, schade. Aber egal. Ich wünsche euch viel Erfolg bei all dem, was ihr tut. Ja, haltet euch tapfer. Für alle, die Ihnen die Prüfung haben, ich drücke beide Daumen. Und bleibt vor allem gesund und bleibt wie ihr seid. Okay? Bye. Bye-bye. Du bist wirst見 mit Rama. Moment nicht, stay. grid Sowie. Geist.